Ja, aber ich habe natürlich keine Angst. Die baue ich später ab. Oder ich baue die dann ab. Ja, du baust die später ab. Genau. Ob ich einfach genau weiß, sobald ich diesen Stuhl verlasse und du spielst, geht einfach alles kaputt. Du hast recht. Ja! Schon schade um Skyblock, ne? Nö. Ich weiß, hast du auch. Skyblock ist eh irgendwie ein bisschen langweilig. Also macht schon Bock, aber nicht, wenn man ich ist. So. Immer ist er so. Ich bin eine Spinne da gewohnt. Ein Eichenseck, ne? Professor Org. Partnervertrag. Danke Nintendo. Haben wir letztes Mal schon gekriegt. Alter, ohne Scheiß. Wieso rüpfst du jetzt so unverschämt in das Mic rein? Du kannst den letzten auch noch groß machen. Ja? Womit denn? Mit deiner magischen Faust. Du kannst raus raus. Nicht? Doch. Aber die möchte ich jetzt nicht einsetzen. Ich verspüre mal diese innerliche Gewalt. Au, ich hab mir weh getan. Hoffentlich richtig. Ähm, was könnte ich denn noch tun? Ich könnte noch mal einen Ofen bauen. Wie fühlt man sich denn als Crow? Scheiße. Yeah. Ähm, was wollte ich noch haben? Ne Axt. Ne Axt. Ne Axt. Ne Axt. Ich dachte gerade du hast dreckig getan. Zweimal. Von hier aus sieht das aus wie Dreck. Weil ich sitze nämlich gerade am anderen Ende der Bahnstation. Ja. Was brauchen wir noch? Du sitzt wie eine Frau wie ich weiß. Breitbeinig und ohne Hose. Waaay! Ja, ich glaub meine Arbeit hier ist getan, oder? Ja. Ich würd sagen auf jeden Fall. Du hast gut vorgearbeitet. Das kann ich in der nächsten Aufnahme dann versauen. Ja. Wird auf jeden Fall schön aus, was du da gebaut hast. Ja, vor allem ich hab erstmal alles koordiniert, platziert. Und besonders schön an der Insel finde ich ja dieses Riesenloch in der Mitte deiner Insel jetzt. Wozu brauch ich eigentlich die Dinger hier zum Pferden? Ja. Wahrscheinlich. Du musst nämlich Aufgabenliste, wenn ich eine hätte, die hab ich dann in der nächsten Aufnahme Lüge. Ähm, da musst du nämlich auch verschiedene Sachen wieder machen. Ja. Ja. Äh. Ich lauf mal rum. Genau. Mir fällt gerade mal ein. Ich hab die auch noch, obwohl die brauch ich auch gar nicht. Pilze. Pilze hab ich auch. Wo könnte ich Essen draus machen? Klang, ja. Flim, Krasse. Ja, Pilze kannst du ja mit Bone Meal groß machen, weißt du. Und dann kannst du da ja mehr Pilze draus machen. Ey, yo. Jetzt weiß ich wieder, was ich machen wollte. Ja, nee. Das mach ich jetzt noch. Das ist jetzt. Das muss. Ich hätt gern den hier. Okay. Ich bin gespannt, was du vorhast. Kannst du doch sein. Lüge. Ich bin natürlich nicht gespannt, was du vorhast. So, ich baue die Scheiße jetzt mal nicht ab. Ich hau ab einfach, dass das passiert. Hm. Die Bäumchen wachsen voll schnell. Ach, du hast ja mit Bone Meal groß gemacht. Ach, krass. Ich bin so scheiße, auf jeden Fall. Weißt du, wenn ich selber spiele, dann bin ich viel zu konzentriert. Ey, das ist scheiße. Du, wo du konzentriert, Alter. Die einzige Phase in deinem Leben, wo du konzentriert bist, ist also beim Zocken. Nein, als ich aus dem Reagenzglas rauskam. Mit dem anderen Scheiß vermischt bin. So, war ich konzentriert. Hm. Komm schon. Was kommen wir denn hier? Ich befürchte fast, du kriegst hier keinen Zappling raus. Yep. Komm. Du hast einen gekriegt. Waaay. Noch einen. Das ist der andere Baum. Ja, macht nix. Habe ich wenigstens wieder was. So, die plante ich jetzt mal eben hier. Wirst du mal zwei oder drei Zapplings... Was will ich mit zwei oder drei Zapplings? Würdest du mal zwei oder drei Zapplings kriegen, dann würde die Chance auch steigen, dass du dann... Hier kam ein düsteres Geräusch. Vielleicht ein Donner? Also... Keine Ahnung, was das für ein Geräusch ist. Buh! So, was ist jetzt mit dem Burk vor? Ja, das zeig ich dir. Zwei. Zwei. Bang. 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 Yeah. Bisschen eng, aber... Wie die von deiner. Uh, ich baue mein Haus aus einem anderen Holz. Hoffentlich schlägt da direkt einen Blitz ein. Oh, da kommt ein Creeper und da schlägt einen Blitz ein. Da wird da direkt ein Supercreeper draus. Du weißt ja direkt, wie spät das ist, ey. Wieso zur Hölle baut man ein Haus aus diesem Holz? Weil ich das sehr schön finde. Ja, aber das ist für mich... Ein Kit. Ein Kit, genau. Wenn das Holz jetzt genau reicht für die Bude, dann springe ich dir hier live und jetzt in dieser Aufnahme in den Nacken. Ja. Mit meinem ausgeklebten Stehen. Habe ich noch Probleme? Nicht so viel wie ich brauche, aber... Es sind drei. Immer ist er so. Komm, dann mache ich hier noch so ein Schönheitskobleh hin. Das, was du da baust, ist auf jeden Fall nicht so schön. Hey Junge, ich bin aber noch nicht fertig. Doch, bist du wohl. Du willst ja. Und das Dach lässt du offen, ne? Ja, dafür brauchte ich ja die Koblés. Oh mein Junge, ey. Wofür hast du denn Silent? Komm, ist doch ein Generator. Ja. Yeah. Okay, jetzt... So, jetzt muss ich mal eben davor nehmen. Ich habe keine Schafe. Nur so wenig... Alter, du willst jetzt nicht den Sand verschwenden. Lass den Sand. Wofür? Für die Zuckerrohr und so einen Scheiß. Lass den bitte. Die wachsen doch auf so meine Erde. Ich will den haben. Ich will den Sand aber haben... Interessiert mich zum Glück ja gar nicht. Mich auch nicht. Mhhh... Von Nazi. Ach, ich muss jetzt zu viel Koblé fahren, um einen Ofen zu bauen. Hast du nochmal Glück gehabt mit deinem Sand? So. Wieso? Du hast doch einen Ofen im Inventar. Du Lappen. War auch nur ein Geheimnis. Ich wollte gucken, ob du aufpasst. Alter, du hast doch vorhin schon eingebaut. Alter, ich leide an Altersschwäche. Du leidest nicht nur gleich an Altersschwäche, sondern an... Ach, komm, scheiß auf. Rappen. Ich hoffe, du hast recht. Ähm... Ja, für den 6 Gesand reicht ein Kohle. Ja, ich weiß aber nicht, ob ich genug Kohle habe. Ich muss jetzt Koblé holen. Sonst treten die mir halt noch die Bude an. Wir haben Hausverbot im Streichelzoo. Yeah. Wie viel Koblé holt ich denn? Äh, ich glaube 12. Mehr. Ja. Hol doch einfach 20. Das dürfte reichen. Ja! Äh, ja, die... Ich glaube, die Folge wird sehr unterhaltsam. Ja, ich glaube auch, ey. Ja, gleich kommt ja wieder was sehr unterhaltsames anderes. Ja, gleich. Ich sage gerade nach 14 Uhr. Kann man ja noch ein bisschen warten. Genau. Ey, du sollst doch nicht die Zeiten verraten, in denen wir aufnehmen. Wenn du wüsstest... Ach du... Moorfucking... Hallo. Was? Moorfucking? Moorfucking, ja. Ja. Man sagt nicht Moor. Wir haben Hausverbot im Streichelzoo. Ich musste einmal im Let's Play gehen. Da fühle ich mich nämlich richtig toll bei. Ja, ich ficke Trollweiber. Und bin auf... Kokain... Verdammt. Verdammt vom Sterben. Verdammt. 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 Warum sagst du dir die ganze Zeit verdammt? Ja, weil das einfach nicht so funktioniert wie viel... Ey, da hinten ist was... Ist das Wasser? Ich sag doch, das ist beleuchtet, Alter. Siehst du das? Wow, der Cobblestone! Gotta rescue him! Oh, hier wüsste er auch noch. Fuck, da war ich nicht egal. Oh, da wolltest du ein Holz hinhaben. Ja... Dieses Haus ist sexy. Weißt du extra... Oh, fuck! Du! Geh in das Haus, Alter! So kannst du nicht mehr... Okay. Du kannst doch schnell die Wolle holen, dann kannst du in das Haus um nichts... No! Fuck! Du bist forever fucked. Ey! Oh, scheiße! Macht ja nichts! Du Arsch! Verpiss dich, ey! Boah, zum Glück ist dein Glas nicht gefallen! Mann, Mann, Mann! Mann, Mann! Oh, schnell im Bett, ey! Ja, ja, ja! Ich brauch erstmal... Erstmal... Ey, da kommt schon irgendwas angelaufen! Ja, Alter, meil dich! Meil dich! Meil dich! Oh! I got a... Yellow pane! Of glass! Junge, was glasses? Allein die Vorstellung reicht... Ich will das vergessen, kipp den Korn in mich! Rein! Two girls, one cup! Film dich nochmal! Wartgläse essen! Hm! Ja, das ist ein... Möchtegern-Guckloch! Ja, wunderschön dieses Haus! Ich feier es! Hat nicht jeder! Äh... Ja? Ne, alle anderen würden sich bei mir ein schönes Haus bauen! Ich würde sagen, äh... Ich hau mich jetzt aufs Ohr und dann... Machen wir mal ne Pause, oder? Ja! Ja... Oh... Rechtsklick, Alter! Bis zum nächsten Mal! Yo, tschö!